Hallo, ich bin die Natalia Schiller. Ich zeichne Teddy Boys Love bei Altraverse und wünsche euch viel Spaß bei den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 146 eurer Comic Cookies. Wir reden über Comics und andere Dinge, die uns Spaß machen. Wir sind zum einen der Breedstorm und der Patrick. Moinsen. Ahoi. Moin ihr Baggerluten. Ich bin der Andi und ich habe die große Freude mit euch hier und jetzt zusammen eben über Comics zu sprechen. Es gibt noch verschiedene Dinge, die wir vielleicht kurz anschneiden wollen, bevor wir auf die Frage zu sprechen kommen, was unsere Comics dieses Monats geworden sind. Und unter anderem waren wir auf Veranstaltungen. Ich war auf einer, Patrick auf mindestens zwei, denn ich war mit dem jungen Mann beim zweiten Pfälzer Comics Salon. Da warst du auch, oder? Richtig. Wir und noch ein paar andere Bekannte aus Erlangen waren wieder mal anzutreffen. Unter anderem unser netter Kollege, der Sven. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an den Sven. Vielen Dank auch für das Bier. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Uns Bier auszugeben unterstütze ich meistens. Und auch danke für die ganzen Erlang-Fotos, die du gemacht hast und in die Gruppen gepostet hast. Ja, die kann man auf jeden Fall an vielen Orten sehen. Natürlich dann auf Telegram und Signal, da haben wir unsere Chatgruppen. Da kommt auf jeden Fall vorbei und checkt das mal aus. Das ist eine coole Sache. Es gibt, glaube ich, auch Fotos beim Discord-Server des Tele-Stammtisches, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ein großer Spaß, war eine Veranstaltung, die hat mir Spaß gemacht. Ich habe allerdings auch Kritikpunkte. Das ist im Vergleich zu den vielen Vorteilen, die ich da sehe, dahin zu fahren, natürlich nicht weiter relevant, weil machen wir uns nichts vor. Das ist eine wirklich schöne Veranstaltung. Kostenfrei für die ganze Familie im Trockenen. Das ist wichtig, denn auch in diesem Jahr hat es viel geregnet. Es gibt ein kleines, aber feines Panel-Programm. Es sind eine Handvoll erwähnenswerte Comic-Menschen, also vor allem Artists am Start, die tolle Sachen verkaufen. Und man kann da viele tolle Gespräche führen und eben auch was essen und was trinken. Und es ist klein, aber fein und trotzdem eine Reise wert. Wie gesagt, ich habe trotzdem Punkte, die ich noch an Negativ anbringen möchte. Dazu dann gleich, Patrick, wie waren deine Eindrücke? Ich bin da ähnlich aufgestellt wie du. Ich bin der Meinung, es dreht sich nicht über vier Tage, also die vier Tage, die es läuft. Dafür ist es einfach zu klein, aber es ist wieder wie so eine nette kleine Klassenfahrt. Es gibt da auch so ein Journal, so ein Buch, da hat fast jeder der Zeichner eine Story veröffentlicht. Und da kann man sich dann kostengünstig von allen quasi Zeichnungssignaturen, was auch immer, holen. Und die waren relativ locker aufgestellt, weil sie im Gegensatz zu Erlang dann ein bisschen weniger gestresst waren, weil es kleiner und familiärer ist. Man konnte da wirklich sehr gechillt mit denen Bier trinken, schnacken. Also wenn Erlang zu stressig ist, für den ist das vielleicht so eine bessere, kleinere Alternative. Ja, auf jeden Fall. Heißt ja auch Comic-Salon. Ist scheinbar kein geschützter Begriff. Trotzdem ist das eine Reise wert. Ich bin auch ganz bei dir, was die Frage angeht, wie viele Tage man da jetzt am Stück verbringen muss, weil machen wir uns nichts vor. Da den Samstag oder den Sonntag anzureisen genügt völlig. Da gibt es noch oftmals auch ein Programm an den Vortagen oder glaube ich sogar an dem Montag. Für diesen einzelnen konkreten Programmpunkte anzureisen kann sich unter Umständen für einzelne Menschen lohnen. Ich sage allerdings, dass du da, wenn du dich für Comics interessierst und nicht jeden Programmpunkt mitnehmen möchtest, bist du dann nach vier bis sechs Stunden eigentlich durch. Insofern reicht meines Erachtens völlig ein Tag. Und was ich vielleicht noch so als Verbesserungsvorschlag mal formulieren möchte, ist so ein bisschen zu gucken, wo die Entwicklungsmöglichkeiten der Veranstaltung liegen. Denn, und da ist für mich ja einfach immer der Schwerpunkt bei Veranstaltungen dieser Art, ich stehe ja schon typisch auf Panelprogramm, auf Bühnenprogramm, auf Interviews, auf Vorträge und so weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall noch eine Menge Ausbaupotenziale. Die Ausstellungen, die es da gab, ich denke, die sind der Größe der Veranstaltung angemessen, aber so was das Panelprogramm angeht, könnte das für mich alles nochmal deutlich spannender sein. Es gibt ja Räumlichkeiten vor Ort, die sind auch nett, klein und beschaulich, aber völlig ausreichend. Ich finde, das könnte noch deutlich dichter gepackt sein, gerade wenn das schönes Wetter ist. Und das findet ja statt in Kombination mit einem Street-Art-Festival, beziehungsweise einem Wein-Festival da in Gönheim. Und wenn da schönes Wetter ist, gibt es eigentlich meines Erachtens keinen Grund, nicht auch Open-Air irgendwelche Interviews zu führen oder ähnliche Dinge zu machen. Ich glaube, das wäre eine kostengünstige Möglichkeit, die Veranstaltung noch weiter zu optimieren und noch geiler zu machen. Du warst auch noch bei einer zweiten Veranstaltung, Patrick, ne? Ja, ich war mit Gordon auf dem Cost-Day. Da gab es ein sehr, sehr kleines Künstlerareal. Also einer von diesen Künstlern hatte gerade mal Comics zu verkaufen, die anderen hatten eher so Merch. Und dieser eine Künstler hat uns dann das Wappentier vom Comic-Stammtisch Frankfurt gezeichnet. Und dann habe ich mit Gordon natürlich noch ein paar Synchronsprecher getroffen. Ja, das war im Nordwestzentrum in Frankfurt, also gerade bei Gordon vor der Haustür. Wir waren an einem Sonntag da, teilweise, also Schwerpunkt war ziemlich auf Cosplay und auf den Synchronsprechern, wo wir auch ein paar getroffen haben, wo wir in einem Panel saßen. Und der Moderator meinte, ja, wer hat denn eine kranke Bösewichtslache und Gordon so fort? Er hier, zeigt auf mich. Also konnte ich einen Haufen wildfremder Leute meine Bösewichtslache vorführen? Denen hat es offensichtlich gefallen. Nur organisatorisch ist das auch noch ein bisschen ausbaufähig. Also der Ansturm auf diesen Kronsprecher war schon groß. In den Hallen war es schon sehr, sehr groß. Aber an sich war das schon so klein, dass da auch... Ich frage, es lohnt sich da diese 30, 29 Euro, die das da teilweise gekostet hat? Gordon hat übrigens ein Kombiticket, da haben die zwei Tage 35 Euro gekostet. Ich habe es leider nur am Sonntag hingeschafft. Und teilweise waren viele Cosplayer da, aber teilweise waren auch so Nebenschauplätze da im Nordwestzentrum, dass ich dachte, irgendwie fühle ich mich gerade wie bei Dawn of the Dead. Also wirklich so ein komplett teilweise ausgestorbenes Kaufhaus. Da hätte man auch die Fläche ein bisschen mehr nutzen können. Also das haben Gönheim und der Koste da gemeinsam, auch wenn wir da wirklich ein paar nette Erlebnisse hatten. Aber da hätten mir auch nur einen Tag gereicht. Für mehr hat sich da... Finden zweiten Tag wäre ich dann wahrscheinlich auch nicht gekommen. Aber zwar schön, mal wieder Sven Platel und einige andere, zum Beispiel die Synchronstimme von Detective Conan oder von Ramsey Bolton, mal persönlich kennenzulernen, mit denen kurz zu schnacken. Auch wenn die wirklich umzingelt waren teilweise und so gut wie gar nicht zur Pause kamen. Die haben mir schon leid getan. Ist das eigentlich immer noch in Frankfurt in so einem Einkaufszentrum? Jaja, das Nordwestzentrum. Das ist ein Einkaufszentrum. Keine Location. Genau. Okay, cool. Ja, also es scheint mir jetzt tatsächlich eine Veranstaltung zu sein, wo der Comic jetzt gar nicht so im Wesentlichen im Hintergrund oder im Zentrum steht, sondern wenn überhaupt eine Randerscheinung ist, muss ja nichts Schlechtes sein, ganz wichtig. Nein. Die hatten ja ihre Highlights. Die hatten ein cooles Line-Up mit den Synchronsprechern. Das kreide ich nicht an. Es war nur ein bisschen zu klein gehalten. Und naja, ein bisschen ist es immer organisatorisch ausbaufähig. Aber das steckt ja auch noch in den Kinderschuhen ähnlich wie bei Gunnheim. Also sollten wir da vielleicht nicht ganz so kritisch sein. Es ist so, als würdest du bei einem Fünfjährigen sagen, er kann noch nicht so geil zeichnen wie ein John Romita Junior oder Senior. Wo ich nur ein bisschen kritisch sein möchte, ist bei dem nächsten Punkt, den ich noch kurz anmerken möchte, auch ein Servicehinweis für unser Publikum. Denn endlich, viele, viele, viele Wochen, nachdem er rum ist, sind auch diverse Panels vom Comicsalon Erlang auf YouTube erschienen. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass für alle, die eben nicht vor Ort sein konnten, einige Panels, die in der Orangerie stattfanden, dass die auch ins Internet gestreamt wurden. Und inzwischen gibt es die Aufzeichnungen von genau diesen Panels, die divers waren, also auf unterschiedlichste Art und Weise, dass die nun inzwischen auf dem YouTube-Kanal des Comicsalons zu finden sind. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, möchte allerdings wirklich da nochmal betonen, wie gut ich das finde, dass wir uns das jetzt hier nachträglich anschauen können. Auch wirklich da nochmal Lob auch an alle, die da moderiert haben. Also Lars von Törne, der Markus Falzgraf, dann natürlich der Alex Jakubowski, viele weitere. Und möchte aber tatsächlich einen noch besonders herausgreifen, der mich wirklich positiv überrascht hat. Ich habe die Aufzeichnung von der Preisverleihung von Max und Moritz Preis zwar noch vor mir, aber ich muss mal sagen, das Interview, das der Christian Gasser geführt hat, da zum Beispiel mit dem Johann Zfahr, das war wirklich sympathisch. Also der Christian, der hat mich hier zumindest die Aufzeichnung, das ist alles, was ich von seiner Arbeit beim Salon bis jetzt gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, ich habe mir die alle als MP3 quasi runtergeladen, höre die als Podcast, weil die Video-Ebene auch hier im Regelfall keinen Mehrwert bietet. Und ich muss schon sagen, das ist so ein sympathisches Gespräch, das der Christian da geführt hat, der ja auch selbst übersetzt hat, weil er ja eben mehrsprachig ist. Das war wirklich toll und da mal ganz dicke Empfehlungen. Er mag vielleicht jetzt für die Max und Moritz Preisverleihung nicht so mega die Rampensau sein, aber das ist vielleicht auch einfach nicht die Veranstaltung dafür. Aber so diese KünstlerInnen-Gespräche und vor allem eben auch den Humor, die angenehme Atmosphäre, die er in diesen Gesprächen mitbringt und da eben auch erzeugt, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, noch die weiteren Sachen zu sehen, die er da gemacht hat und auch alle anderen Panels, die ich vor Ort nicht live sehen konnte. Mir sind zwei Sachen auf jeden Fall aufgefallen, schon so als vorläufige Analyse der Panels dort. Das könnt ihr euch alle selbst in Ruhe anschauen. Zum einen diese Panels, wo wirklich mehr als vier Leute auf der Bühne sitzen, die würde ich persönlich auf jeden Fall vermeiden. Ich habe so das Gefühl, und da möchte ich nur mal das Extrembeispiel mit der Comicförderung mal rausgreifen und bei der Elefantenrunde war es eigentlich auch nicht viel anders, dass da jede Menge Menschen auf der Bühne sitzen. Die haben teilweise eins, zweimal während des gesamten Panels überhaupt was zu sagen gehabt. Über den Inhalt des Ausgesagten möchte ich ja gar nichts weiter sagen, aber das war teilweise wirklich unnötig, waren das unnötig viele Menschen auf dieser Bühne. Und das sollte man vielleicht nochmal überdenken. Und dann ist mir noch so ein bisschen ein Trend aufgefallen. Ich hatte ja schon die drei Namen genannt, eben Markus Lars und auch der Alex. Das sind ja Profis, das sind ja Journalisten, die hauptberuflich journalistisch tätig sind, die wissen, wie man so eine Veranstaltung moderiert und durchführt. Die waren teilweise sehr gut vorbereitet, aber ich hatte oft das Gefühl, dass sie eine Frage stellen, eine recht gute, konzentrierte Frage, vielleicht gleich die zweite Folgefrage im Anschluss formuliert. Und dann lassen die Gäste die so ein bisschen auflaufen. Entweder antworten sie gar nicht auf die Frage, weil sie noch auf das Thema Bezug nehmen wollen, das vorher stattgefunden hat, oder aber, dass sie nur eine von beiden Fragen beantworten. Und man muss schon sagen, das war ein bisschen faszinierend. Also mal ein konkretes Beispiel, um das einfach mal ein bisschen zu unterfüttern, wenn ich es hier nicht irgendwie aus dem Nichts erzähle. Da gibt es ja das Panel Prekäre Existenzen, Artenschutzprogramm für, ich glaube, kleine Verlage oder so. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob man Comics nicht ein bisschen querfinanzieren muss. Das heißt also, ich möchte mal sagen, intellektuellere, künstlerisch wertvollere Comics querfinanzieren muss durch quasi, ich benutze den Begriff jetzt absichtlich, Schundliteratur. Also für ein Massenpublikum produzierte Comics in Billig, die halt dann durch die Masse Geld reinspülen, womit man eben Autorecomics wieder in das Portfolio mit reinholen kann. Und da ging es um die Frage von dem, ich glaube, es war der, was der, ich glaube, es war der Lars, an den Andreas Mergenthaler von CrossCult und fragt ihn hier, müsst ihr nicht vielleicht auch mal hin und wieder was mit ins Programm nehmen, was eigentlich gar nicht so passt, aber fürs Geld ist halt schon sinnvoll. Und da antwortet er halt gar nicht drauf, sondern erzählt irgendwas zu Patreon. So wirklich komplett nicht auf die Frage geantwortet. Und das ist eins von wirklich mehreren Beispielen, das mir jetzt auch schon aufgefallen ist, bei der, ja letztlich beim Konsum, beim Hören der einzelnen Panels hier, die insgesamt wirklich toll waren, vielleicht nicht unbedingt immer so einen riesen Mehrwert haben. Ich finde die Information oder den Mehrwert, den Informationsgewinn, den ich rausgenommen habe, habe ich oftmals zwischen den Zeilen mehr wahrgenommen, als eher durch das Gesagte. Aber es ist schon wirklich toll, dass der Salon hier endlich diese hochwertigen Gespräche aufzeichnet und eben auch nachträglich nochmal hier im Internet zur Verfügung stellt. Ich finde, das war nicht nur lang überfällig, das ist auch wirklich ganz gut geworden. Breedstorm, du hattest ja auch einen Teil der Panels in der Orangerie mitgenommen. Diese Eindrücke, die ich jetzt gerade so ein bisschen von der Sichtung der Aufzeichnungen geschildert habe, kannst du die nachvollziehen? Ja, ich hatte öfters mal den Eindruck, dass man in manchen Runden vielleicht auch gesagt hat, ja komm, dann nehme ich den noch mit dazu, obwohl es thematisch nicht immer für mich gepasst hat. Also wenn ich mich recht entsinne, war zum Beispiel bei der Elefantenrunde, da waren natürlich Klassiker wie, was weiß ich, Ehapa, Carlsen und so weiter und so fort, Panini und dann sitzt da Rotopol und dann denke ich so, hm, habe ich da vielleicht eine falsche Meinung von Rotopol? Muss ich mich da selber prüfen, dass das so ein Big Player im Comic Business in Deutschland ist? Oder wie muss ich das sehen? Also nichts gegen den Verlag, schöne Sachen machen die, aber als Big Player würde ich den jetzt nicht identifizieren. Und ja, da habe ich öfters das Gefühl, dass man gesagt hat, ja gut, setz mir noch einen mit dazu. Ja, war leider teilweise sehr überladen, dass, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Das sind natürlich tolle Lagen, kannst du alle reinschreiben und das lockt vielleicht Publikum, aber ich glaube, und das trifft wahrscheinlich die meisten Panels, soweit ich sie mitbekommen habe und eben auch teilweise selbst moderiert habe, an ganz anderen Locations, ist es schon so, dass da mehr als genug Publikum kommt. Die Orangerie scheint mir tendenziell immer eher voll gewesen zu sein. Bei Podcast-Treffen war das genauso, beim Kleinverlagsgipfel, der war auch rappelvoll. Da sind dann schon Veranstaltungen, die ziehen viel Publikum. Insofern ist es vielleicht gar nicht notwendig, da jetzt eben auch sechs, sieben große Namen zu präsentieren. Vielleicht ist es auch ein Sehen und Gesehenwerden, ich weiß es gar nicht so genau. Patrick, was hattest du für Eindrücke? Ich habe viele der Panels gar nicht mal gesehen. Deswegen, ich saß mit den Panels, die ich gesehen habe, da saß ich mit euch in einer Halle oder mit Breedstorm zumindest. Viel mehr, außer vielleicht noch die Veranstaltung mit Steffen Volkmar, diese über den Biercomic, habe ich da auch nicht gesehen. Deswegen, ach ja doch, den Max- und Moritz-Preis natürlich, aber da saß ich auch mit Breedstorm natürlich. Da sieht man dich übrigens auch in der Aufzeichnung, natürlich, die Orangenweiße fällt auf. Wie sieht es aus, ist es für dich interessant und eine gute Sache, dass du dir das jetzt nachträglich alles nochmal anschauen kannst oder ist es eher Quatsch? Weil wenn ich mir so ein bisschen die Klickzahlen angucke, das Ganze ist jetzt seit drei, vier Tagen online, das ist schon sehr überschaubar. Das schwankt so zwischen, das habe ich hier gerade, zwischen vier Aufrufen und 60 Aufrufen. Das ist wirklich wenig, wie ich finde. Bei mir hat das andere Gründe, ich werde es zeitlich nachholen, wenn eben keine Game of Thrones beziehungsweise House of the Dragon oder The Boys Recaps anstehen, weil aktuell Clem, Torben und ich uns eben hinter The Boys und House of the Dragon Recaps, da wird eben da massig recherchiert und nochmal Comic-Material nachgelesen, damit man da die Vergleiche ziehen kann. Deswegen, ich hole das nach, bisher kam ich einfach nicht dazu. Ja geil, wozu wir jetzt hoffentlich kommen, ist es darüber zu sprechen, über was wir heute sprechen wollen. Bam, hast du nicht gesehen, ist trotzdem so und ich verrate euch mal gleich zu Beginn, was wir bei der CCA, der Cookies Code Authority, besprechen werden und zwar Terror 3000 von Bela Subotke. Den haben wir aus verschiedenen Gründen alle gelesen und hatten halt so ein bisschen Bock drauf, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Comic, der verdient ein Stück weit Aufmerksamkeit. Breedstorm, was gibt es heute bei dir? Ich habe einen sehr großen Comic dabei und einen sehr kleinen Comic. Der große Comic ist Kolumbusstraße von Tobi Dahmen und der kleine ist Kennen wir uns von Matthias Lehmann. Uh, also auch eine Nachlese des Salons. Patrick, was gibt es bei dir? Ich habe ein Rezensionsexemplar vom Dantes Verlag, hat mich der Walter schon in Erlangen darauf hingewiesen. Savala für nichts von Renren Galeno und wir hatten ja noch einen Bekannten aus Erlangen, Xilaris von Alexander Tolksdorf und Martin Trappe. Mhm, mega. Bei mir gibt es zunächst einmal den Comic, den ich schon online angekündigt hatte, denn ich möchte unbedingt sprechen, auch ein Comic, der bei Max und Moritz Preis abgeräumt hat, nämlich Der letzte Löscht das Licht von Tobias Eschenbacher erschien bei Helvetik, der hat eben so einen Preis gekriegt und den zweiten Comic, den habe ich euch, liebes Publikum, zur Wahl gestellt. Sowohl in unseren Chatgruppen als auch auf Instagram als auch auf Twitter, da hat der Breedstorm das eingestellt und ihr hattet die Wahl, über was wir sprechen wollen. Wollen wir sprechen über den bei Reprodukt erschienenen Comic Die Straße von Manu Larké-Neh, zu dem es ja viel gibt, das basiert ja auch auf einem Roman von Cormac McCarthy oder wollen wir sprechen über eine Empfehlung von Philipp Kolek, nämlich Der verkehrte Himmel erscheint gerade ganz aktuell beim Avant Verlag und ich kenne das Ergebnis inzwischen, wir haben es gerade eben noch ausgewertet, es ist sehr knapp geworden und die Wahl ist gefallen auf Die Straße von Reprodukt, den werde ich heute vorstellen. Auch wenn Der verkehrte Himmel ein wirklich richtig guter, herausragender, faszinierender Comic ist, den ihr alle gelesen haben solltet und ich bin mir sicher, dass ich mir Michael Ross nochmal schnappen werde und den vielleicht ins Interview prügel oder so, weil wir müssen nochmal unbedingt drüber reden. Es geht um viele tolle Sachen wie Menschenhandel. Nun gut, dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Lieber Breedstorm, bitte stell uns deinen ersten Comic für heute vor. Ja, da fangen wir doch mal mit dem großen Comic an, mit der Kolumbusstraße von Carlsen. Der gute Tobi Dahmen, der den meisten von Fahrradmott noch ein Begriff sein sollte, was vor neun Jahren erschienen ist, war sehr bekannt und beliebt damals, hat sich seiner Familiengeschichte gewidmet und zwar zwischen den Jahren 1935 bis 1945, denn er hat einige alte Briefe gefunden, weil das Haus der Familie in der Kolumbusstraße hat den Krieg nämlich überlebt. Das heißt, da haben auch sehr, sehr viele Dokumente überlebt, was in Großstädten Deutschlands sehr oft nicht der Fall ist, dass da viel übrig geblieben ist von dem, was aus Papier war. Und er hat dann auch noch mit seinem Vater Gespräche geführt vor vielen, vielen Jahren, die er mal mit einem MP3-Player aufgezeichnet hat. Und aus diesen ganzen Sachen hat er jetzt einen über 500 Seiten starken Hardcover-Comic gemacht. Also es ist nicht Album-Format, aber so wie so ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Und das ist natürlich ein ganz schöner Brocken, in dem er hier einiges verarbeitet. Denn dieses Haus in der Kolumbusstraße gehört seinem Opa, dem Karl. Und der hat drei Kinder, also seinen Vater und noch einen Bruder und eine Schwester. Und da gibt es natürlich noch so im Umfeld einige Leute, die man beschreiben kann. Und diese ganzen Leute hat er verknüpft zu einer, ja, kann man es Geschichte nennen, ist Biografie. Es ist alles davon und teilweise hat er auch so ein paar Dinge, ja, noch dazu so ein bisschen erfunden. Die werden immer durch so Puzzleteile gern mal gekennzeichnet, wenn er nicht so genau weiß, was im weiteren Verlauf der Geschichte passiert. Denn er hält sich sehr stark und akribisch an diese Aufzeichnungen, die er hat. Das sind größtenteils Briefe, Verträge und ähnliches. Aber auch Bilder. Er hat ganz, ganz viele Fotoreferenzen auch noch aus der Zeit und er hat natürlich ultimativ viel recherchiert und ich habe angefangen zu lesen, habe gedacht, meine Güte, hier ist aber viel Spezialwissen aus dieser Zeit wirklich angebracht und habe gedacht, ob das wohl jedem so aufgeht. Aber da habe ich natürlich noch nicht bis zum Ende des Buches geblittert. Es gibt ein sehr, 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 sehr umfangreiches Glossar am Ende des Bandes, wo viele Sachen einfach erklärt sind. Zum Beispiel, dass es in 30er Jahren, als sich der Krieg dann abgezeichnet hat, dass es dann klar war, dass es ein Amt dafür gibt, das kontrolliert, ob dein Haus überhaupt gegen Duftschläge einigermaßen resistent ist, ob dein Keller vielleicht geeignet ist, um da vielleicht Bunker ähnlich drin zu sitzen, falls man bombardiert wird oder so ähnliches. Also solche Sachen sind da alle genau beschrieben oder was ist eine Napola. Also da sind jede Menge Dinge beschrieben, aber die eigentliche Story dreht sich natürlich um diese Familie, wie die ganze Familie dann so seit 1935 immer mehr in dieses NSDAP-Partei-Ding reinrutscht, in den das ganze Deutschland dann reingekommen ist und wie die verschiedenen Menschen darin damit umgegangen sind, weil die Jungs, die sind natürlich noch am Anfang eher Heranwachsende beziehungsweise wirklich noch ein Jugendlicher. Was passiert damit? Sein Onkel wird im späteren Verlauf der Geschichte zum Beispiel eingezogen, ist an der Ostfront, was passiert mit dem, was passiert mit seiner Schwester, was passiert mit seinem Vater, wie ist die Situation vor allem in Düsseldorf, denn in Düsseldorf spielt der Großteil dieser Geschichte und er hat damit sehr sehr vielen historischen Bildern auch gearbeitet und sehr sehr oft auf Orte verwiesen, die man heute noch in Düsseldorf sich angucken kann, dass da auch so ein gewisser Bezug ist, also da ist auch sehr sehr viel Architektur drin und man sieht im ganzen Verlauf der Geschichte wie die Leute da immer mehr und mehr so reinrutschen, gerade sein Opa ist am Anfang als sehr kirchlicher, glaube ich katholischer Mensch, doch sehr kontra die Nazis und im weiteren Verlauf der Geschichte muss er sich halt wirklich anpassen, um nicht seine Familie irgendwie zu gefährden, so könnte man es vielleicht umschreiben. Das Ganze ist ein bisschen episodenhaft, also was natürlich daran liegt, dass es gar keine Fiktion ist, sondern er geht halt mit den Dingen um, die ihm überliefert worden sind und die er in den Briefen gefunden hat und spiegelt das dann wieder, teilweise wird auch aus den Briefen zitiert und teilweise baut er halt auch Dinge ein, die er suggeriert, zum Beispiel wie der Junge zum Beispiel sieht, wie Zwangsarbeiter Trommerteile zur Seite räumen müssen oder was möglicherweise an der Ostfront passiert ist, was vielleicht seinem Onkel passiert ist, von dem wir es jetzt nicht genau wissen, weil er nicht zurückgekehrt ist und das ist natürlich die Art von Geschichte, die ich total spannend finde, nämlich auf zweierlei Art, nämlich einmal so eine semi-autobiografisch gemischt mit geschichtlichen Hintergrund und das ist hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Man muss sich natürlich ein bisschen Zeit einräumen, um das Ganze hier zu konsumieren, aber ich würde es jedem empfehlen, der da ein gewisses geschichtliches Faible hat und die Zeichnungen von Tombidamen sind ja auch wieder so leicht cartoonesk, wie man das auch schon im Fahrradmod gesehen hat, das wäre die einzige Kritik, dass ich an manchen Stellen im Buch muss ich immer kurz überlegen, ja welcher von den Brüdern ist es jetzt, weil die sich ja doch sehr ähnlich sehen, wem ist jetzt gerade was passiert, weil es doch nicht so, es gibt einen Protagonisten und der geht durch die ganze Handlung durch, der ist der Main Charakter, sondern man sieht von jedem mal so ein bisschen was, was dem Ganzen passiert, dann gibt es noch ein paar geschichtliche Passagen zwischendurch, was ist mit der Schwester, wie ist vielleicht die Einziehung von jemanden gewesen im Zweiten Weltkrieg, also alles mit Originaldokumenten natürlich auch dokumentiert und ja, da hatte ich ab und zu Probleme zu gucken, wer ist jetzt gerade wer, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde das Ganze demnächst nochmal lesen, mit dem Hintergrund wissen, was ich jetzt angesammelt habe zu dieser Geschichte und ja, also ich würde es jedem da wirklich nur ans Herz legen, auch wenn das natürlich mit 40 Euro jetzt kein Spontankauf natürlich ist, aber ich glaube, das ist bei der Menge am Umfang, das es hat, da liest man wirklich richtig richtig lange dran, ist es auf jeden Fall wert. Das ist auf jeden Fall was wert, das haben schon eine Menge Leute gemerkt, denn wenn ich mich richtig erinnere, dann war das so, dass der Tobi Damen auf LinkedIn auch schon gepostet hat, dass das Ganze in die zweite Auflage gegangen ist, das heißt also, eine Menge Menschen finden das sehr interessant, was sie da gemacht haben, das Ding ist ja nun leider nicht ausgezeichnet worden mit dem Max und Moritz Preis, aber ich habe immerhin für die Vorbereitung des Interviews beim Salon irgendwas zwischen 100 und 150 Seiten auch schon gelesen gehabt davon und was mir total aufgefallen ist, und da stimme ich dir komplett zu, ist diese Geschichte mit der Architektur, also es wirkt schon so, als hätte er sich wirklich sehr ausgiebig damit beschäftigt, wie da wo was mal aussah und unter welchen Bedingungen du dann halt, naja, da die Schauplätze auch gestaltest und ja, was eben Prozesses gewesen sind, wie die Recherche aussah, es gab so eine Karte, wo alles spielt, man konnte das ganz gut nachvollziehen und ich fand das auf jeden Fall sehr faszinierend, ich muss aber sagen, und diese Kritik habe ich bis jetzt nirgendwo öffentlich geäußert, ich finde es relativ zäh erzählt, es ist nicht so, dass es irgendeinen, wie ich finde, kurzweiligen Spannungsbogen gibt, es kommt doch relativ langsam daher, das muss nichts Schlechtes sein, weil es atmosphärisch sehr dicht ist, die Dinge, die wir mitbekommen, die haben mich persönlich doch auch irgendwie interessiert, aber so 500 Seiten durcharbeiten von etwas, das a, ultra persönlich ist und b, vielleicht dann doch nur ein weiteres Zeitzeugnis, einer Zeit, von der wir schon auch aus anderen Perspektiven in der Menge gehört haben, da weiß ich nicht, ob es nicht ein bisschen knackiger daherkommen können, kannst du das nachvollziehen Breed Song? Das ist das, was ich vorhin mit diesen Episoden haft gemeint habe, erzählt halt das, wo er wirklich auch irgendwelche Belege größtenteils auch für hat und das hat er halt nicht in jedem Fall und deswegen wirkt das vielleicht so, ja, also ich kann deine Kritik dann nachvollziehen, ja. Nichtsdestotrotz ein guter Comic, ein Comic, der wie gesagt offensichtlich beim Publikum ankommt und der gelesen werden sollte auf jeden Fall, trotz seines Umfangs. Patrick, 500 Seiten schreckt dich das eher ab oder würdest du durchaus reingucken? Mir hat schon Fahrradmod ziemlich gut gefallen. Du kennst mein Leseverhalten, ich konsumiere viel, also 500 Seiten schreckt mich nicht ab. Wenn die Zeit da ist, dann gönne ich mir auch gern mal so ein Monstrum, von daher mal abwarten, aber gelesen wird es irgendwann auf jeden Fall. Das klingt ein bisschen, als würdest du von deinem letzten Tinder-Date sprechen, aber egal, lass doch vielleicht wie er, Alter, lass doch vielleicht mal lieber über Comics sprechen. Patrick, was ist dein erster Comic für heute? Ich hab bei Dantes Verlag ähnlich wie Ariane Savala für nichts geordert als Rezensionsexemplar, einfach weil ich diesen Trend gerade so herrlich absurd finde, mit diesen ganzen Kampfhühnern, wir haben ja den Hoosterfighter, wir haben El Pollo bei Chew, Adventure habe ich erwähnt, oder? Ansonsten, ja, in letzter Zeit tummeln sich da viele Hühner und Savala wurde uns als das Horrorhuhn verkauft und deswegen wurde ich da hellhörig, auf dem Cover siehst du viele abgerissene Hände und sonst was, da war ich dann interessiert und ja, im Prinzip geht es darum, es ist übrigens das Debüt von Ren Ren Galeno, das ist das Graphic Novel Debüt, es geht um einen Taxifahrer, der findet mitten auf der Straße einen herrenlosen Hahn und er ist gerade ziemlich entschulden, weil bei denen in der Gegend so Hahnenkämpfe immer wieder stattfinden, denkt er, okay, den Hahn nehme ich auf, nur dieser Hahn ist ziemlich so sympathisch, er ist eine ziemliche Urgewalt, das wird er später auch feststellen, er zerfleischt nicht nur gerne Katzen, sondern sobald er mal losgelassen wird, er zerfetzt alles, also die Hähne, gegen die er antritt, man sieht nie, wie er sie zerfetzt, aber man sieht das Blutbad oder man sieht die Eingeweude der Katzen, also nix für Katzenfans, kann ich direkt mal sagen und nach und nach merken sie, ja, die Schulden werden abbezahlt, aber irgendwie ist dieser Hahn, dieser schälende Hahn, sehr, sehr gefährlich und ja, im Prinzip geht es darum, wie die Familie dann überlegt, was wollen sie jetzt mit diesen gefährlichen Hahn machen, wie lange wollen sie das rauszögern, wollen sie was, bis sie alle Schulden abbezahlt haben oder sollten sie vielleicht vorher was machen, deswegen irgendwie hat es mich an dieses, die Bestie an dieses Masopilami denkst erinnert, nur eben ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr Horrortouch mit ein bisschen mehr Familiendramme, aber ohne dieses zweite Weltkrieg Setting, weil ich fand es sympathisch für ein Debüt, hat sich das auch sehr, sehr kurzweilig gelesen, nur wer jetzt da wirklich einen Blutrausch erwartet oder richtig Horror, der könnte enttäuscht werden, weil die Bedrohung von diesen schielenden Haaren, die spürt man trotzdem, also wirklich sehr, sehr interessanter Comic, den auch unser Josh, also einer unserer Bekannten, übersetzt hat in dem Fall, ne, übersetzt von Jens Aaron Nielsen, gelettert von Josh, sorry. Genau, das hätte mich überrascht, wenn der Josh sich da jetzt hinsetzt und da selber was übersetzen kann. Er sieht in der Leseprobe extrem gut aus, ist es richtig, dass es wirklich mehr so Horror ist, der so im Kopf passiert, also super explizit wird es gar nicht. Man sieht die Auswirkungen davon, aber super explizit wird es nicht und es ist wirklich sehr, sehr schön gezeichnet. Das ist das neue Ding, was sie unbedingt auch in Erlangen vorstellen wollten, da hat es leider aus organisatorischen Gründen nicht so gut geklappt, das zu präsentieren, aber das ist was, was ganz toll aussieht, das ist ja irgendwie auch so ein neues Ding, das sie sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben. Wo kommt das nochmal her? Weißt du das, dass so ein Ursprungsland dieser Ren-Ren-Galeno ist? Es ist eine Sie, eine Künstlerin aus Davao City. Davao City. Ja, ich glaube, dass die da eigentlich jetzt aus irgendeinem Grund oder irgendwoher so eine quasi neue Quelle gefunden haben für Comics, die sie lizenzieren können. Ich will jetzt nichts falsch sagen, aber es ist Ozeanien oder was auch immer, ich weiß nicht wo. Das ist in den Philippinien, habe ich gerade geguckt. Ja, genau, alles klar. Also wieder mal das philippinische Comic, ich glaube, da können wir demnächst noch einiges erwarten. Sollte Zawala für nichts, heißt der Comic, beim Publikum ankommt, dann kommt da sicher noch einiges. Und der ist auch nur schwarz-weiß, ne? Der ist auch nur schwarz-weiß, aber ich finde gerade, das macht es manchmal atmosphärischer, in dem Fall auch, wird es das Grauen mildern, wenn da jetzt ein bisschen mehr Blut in Farbe zu sehen wäre. Ich weiß nicht, vielleicht wird es dadurch cartooniger aussehen. Also gerade die Optik sieht ja ohne die Farbe schon relativ cartoonig aus. Vielleicht haben sie es dadurch ein bisschen ernster gemacht, durch das Gesättigte. Und ist das Ganze abgeschlossen? Ja, ja, es ist abgeschlossen. Und ich habe ja letztens mit Josh geredet. Ich glaube schon, dass die jetzt ein bisschen mehr suchen müssen, weil angeblich sind diese ganzen Neil Gaiman-Bibliothek-Dinger jetzt komplett veröffentlicht worden. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber laut Josh haben sich die letzten Dinger die Leute vom Splitter-Verlag gekrallt. Damit haben wir jetzt erst mal nichts mehr von der Neil Gaiman-Bibliothek. Ja, und soweit ich ihn richtig in Erinnerung habe, es kann sein, dass ich ihn jetzt hier falsch wiedergebe, sind das tendenziell auch dann doch leider ziemliche Ladenhüter. Da gibt es ja nur wieder mal so einen Ausreißer für diesen Grüns Markt oder wie das Ding hieß. Aber so insgesamt ist das jetzt nicht unbedingt so der Bestseller bei dem Verlag gewesen. Keine Ahnung, wie das vielleicht bei Splitter dann aussieht. Naja, aber ist eine Empfehlung von mir ein bisschen ungewöhnlich. Ein bisschen hast du da auch Urlaubsflair durch diesen Ort. Durch diese Haarenkämpfe. Durch diese Haaren. Ja, genau. Du unterstellst mir heute einige kranke Sachen. Wir wissen es. Du hast doch von deiner Bösewicht Lache erzählt. Ich nehme das nur auf. Bitte denke ein Stück weiter. Ja. Ja, nice. Blutige Haarngeschichten, das ist auch dein Ding, Breed Zone, ne? Also ich würde mir das vermutlich mal durchblättern. Die Leseprobe ist relativ kurz, dass ich da noch nicht so den richtigen Bezug dazu habe, ja. Bestehe. Dann möchte ich anfangen zu sprechen über das, was hier in dem Fall quasi mein Klassiker ist. Ich mache das ja tendenziell immer so, einen Klassiker vorzustellen beziehungsweise so einen Comic, den man unbedingt gelesen hätte haben müssen und halt irgendwie so was relativ Neues. Jetzt sind beide Comics bei mir relativ neu, aber weil der Letzte löscht das Licht von Tobias Eschenbacher, Eschbacher, kein N dazwischen Eschbacher, weil das ja wie gesagt den Maxim-Noritz-Preis als bestes Comic-Debüt gewonnen hat, bestes deutschsprachiges Comic-Debüt ist das was, was vermutlich tendenziell ein Klassiker ist und deswegen kann ich das jetzt hier in diese Kategorie reinpacken. Der Tobias, der hat noch nicht so wahnsinnig viele Comics gemacht, genau genommen ist das tatsächlich wirklich eben sein Debüt und das hat er wohl irgendwie auf einer Weltreise hat damit begonnen zumindest, ich weiß nicht, ob es dann entsprechend auch abgeschlossen hat und er selbst ist Schweizer, steht scheinbar auf Gangster-Filme, Popkultur und Comics, das scheint also jemand zu sein, mit dem ich sehr gern mal ein Kaltgetränk trinken wollen würde und er hat jetzt hier bei Helvetik, von dem ich auch noch nicht so wahnsinnig viel bis gar nichts gelesen habe, was rausgebracht. Ich möchte gern einfach mal auf der Rückseite ansprechen oder quasi vorlesen, wie die Inhaltszusammenfassung ist. Eine Graphic-Novel wie ein Gangster-Film. Ein Ganoven-Trio trinkt auf der Suche nach einer gestohlenen Tasche in ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus ein und trifft auf Katzen, Cannabis und Stromausfälle sowie auf eine bunte Palette skurril absurder Charaktere. Das Gebäude wird zum Schauplatz von Wortgefechten, Schusswechseln und Liebeserklärungen. Yo, das ist genau das Ding. Wir haben hier nämlich auch, wenn man so will, Episoden, die erzählt werden. Die hängen rein chronologisch gesehen schon zusammen. Also es passiert so tatsächlich eine Sache mehr oder weniger nach der anderen, wobei es auch viel Paralleles gibt. Woran erkennt man das überhaupt? Wir beginnen ganz am Anfang, wie das bei Beginn oft so ist, mit dem Prolog, in dem wir ein Gangster-Trio, ein Ganoven-Trio, stand hier auf dem Klappentext, kennenlernen. Die fahren im Auto irgendwo hin und sollen etwas besorgen. Da sind sie in einem Mehrfamilienhaus und diese drei Ganoven treffen dann eben auf die Menschen, die in diesem Mehrfamilienhaus wohnen. Dort sind sie quasi auf der Suche nach etwas Besonderem. Ich möchte es hier nicht zu sehr wegspaulen und das Ganze ist letztlich eine Aneinanderreihung von verschiedenen, ja wirklich skurrilen Situationen und eigentlich ganz toll geschriebenen Dialogen, die so ein bisschen was Besonderes auch sind. Es gibt da beispielsweise, um mal eines rauszugreifen, die Situation, dass ein Auftragsmörder in die Wohnung von zwei Kiffern kommt. Dieser Auftragsmörder wird dann von den Kiffern, die jetzt quasi um ihr Leben fürchten müssen, gefragt, warum er die jetzt umbringen will und dann geht es so ein bisschen um die Frage, wer ist ja eigentlich der Gute und wer ist der Böse, warum werden Menschen umgebracht und ist es nicht eigentlich Unrecht und das ist irgendwie ganz trocken und ganz cool und man könnte es eben auch als skurril bezeichnen, ist das Ganze erzählt und das macht Spaß und eine solche Aneinanderreihung verschiedener Dinge haben wir hier auch. Oder weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an diese Serie The Last of Us, da gibt es ja auch diese eine Episode von diesem Pärchen, die sich umbringen wollen, die beiden Kerle kennen sich irgendwie schon eine ganze Zeit, haben sich in der Apokalypse kennengelernt und sie haben sich jetzt für den Freitod entschieden und eine vergleichbare Geschichte gibt es hier auch drin, auch das ist wirklich gleichzeitig herzerwärmend, absurd, erschreckend und schön und das ist eine, wie gesagt, es sind nur zwei von mehreren Szenen dieser Art. Wir haben immer wieder diese Stromausfälle, an diesem Stromausfall viel eher, der dann dort passiert, können wir erkennen, wo dieser Synchronisationsmoment der einzelnen Episoden ist und am Ende bleiben ganz sicher nicht alle übrig, die am Anfang der Story noch leben. So viel sei an der Stelle mal verraten. Das ist einfach ein cooles Ding mit einer coolen Auflösung, durchaus eine Menge Blut, aber jetzt nicht irgendwie, also ja, du siehst dann schon Blutlachen, aber das ist jetzt kein Splatter-Comic, darum geht es hier nicht, dieses Gangster-Ding steht viel eher im Mittelgrund, im Mittelpunkt und es kommt ganz cool daher. Es ist halt ein Strich, von dem ich mich schwer tue, ihn zu beschreiben. Die einen würden vielleicht sagen, er ist ein nicht unbedingt naturalistischer Strich, also das ist jetzt keine Linie Claire oder so, cartoonig ist es aber auch nicht, es ist schon vielleicht ein simpler, insofern zumindest ein zielgerichteter Strich, ein Artwork, das aber immer gut funktioniert, dessen Perspektiven auf mich prima funktionieren, in Kombination mit der arg reduzierten Farbpalette, ist es auch einfach, einfach stimmig, eine tolle Atmosphäre, ein toller Genre-Comic, der eben viel hier von den Dialogen lebt, der Figuren präsentiert, die interessant sind und ich kann diesen Comic tatsächlich ziemlich uneingeschränkt empfehlen. Man kriegt ihn aktuell überall zu kaufen, fragt mich bitte gerade nicht, wie viel der im Detail kostet, ist ja auch ein aus der Schweiz stammender Comic, da weiß ich immer nicht so genau, wie das jetzt einzuschätzen ist, aber naja, also das ist im Zweifel alles nicht unbezahlbar, ganz im Gegenteil, circa 120, 130 Seiten sind das Ganze und es macht viel Spaß. Wenn das das Debüt ist, bin ich doch sehr gespannt, was der Tobias hier noch als Fortsetzung präsentieren wird. Es gibt bestimmt auch Leute, die hier Vergleiche ziehen würden, eben weil es ein Ganoven-Ding ist und so eine Gangster-Geschichte so Tarantino-esken Dingen und da wäre vielleicht so eine Frage, die ich gerne mal ins Publikum richten würde, wenn ihr es gelesen habt, was der Soundtrack ist, den ihr beim Lesen des Comics in eurem Kopf zumindest gehört habt, ob das was ist, also wie würde der Soundtrack zum Comic aussehen, fände ich persönlich mal ganz spannend. Ja, kurzweilig und geil, ich weiß, Blütsdorn brauche ich gar nicht danach fragen, ob du da Lust drauf hast. Also so Gangster-Comic kommt darauf an, wie es ist, von dem, was ich mitgenommen habe, hat sich das für mich so ein bisschen wie Pulp Fiction angehört, also der, gerade der Start, so Auftragstiller kommt zu den Kiffern und so weiter und so fort, hat es da denn Ähnlichkeiten mit? Ja genau, ich hätte ja schon gemeint, dass die Vergleiche zu Quentin Tarantino immer mal hier und da gefallen sind und ich denke, Quentin Tarantino-Fans, die genau mit Pulp Fiction und wie sie alle heißen, was anfangen können, sind hier sehr gut bedient. Breedstorm und sich saßen ja auch beim Max und Moritz-Preis und da hat die Band dann natürlich passend dazu, weil, oh, es ist Gangster, da haben sie natürlich auch da das Pulp Fiction-Theme angespielt. Die Band, also die wollen dann wirklich aufs Auge drücken, wenn du jetzt Tarantino-Fan bist, dann liest das, auch wenn dieser Vergleich wirklich oft gezogen wird, sobald auch irgendwie nur Gangster im Spiel sind. Bei an sich fand ich Tobi Escher, sympathischer an sich macht der Comic mir Lust auf mehr, also ich würde es lesen, auch wenn dieser Tarantino-Vergleich wirklich ein bisschen fast schon totgelatscht ist. Das verstehe ich. Sehr gut, dann fangen wir wieder von vorne an. Lieber Breedstorm, was ist dein zweiter Comic für heute? Mein zweiter Comic ist ein Glücksfall, nämlich kennen wir uns von Matthias Lehmann, den ich dann doch noch auf dem Salon kaufen konnte. Ich habe einiges bei der Ginko-Preisverleihung dazu gehört. Da ist er, weiß ich gar nicht, ob er ein Herzenscomic war oder jetzt eine Kategorie gewonnen hat. Ich weiß nur, dass Matthias Lehmann doch sehr, sehr kurz seinen Preis entgegengenommen hat, weil er gar nicht damit gerechnet hat, da was zu gewinnen. Und deswegen war ihm auch nicht klar, dass er da vielleicht ein paar mehr Exemplare hätte mitnehmen können zum Salon. Aber ich konnte dann, sagen wir mal, auf Umwegen doch noch was ergattern und mir signieren lassen. Und ja, kennen wir uns, handelt von dem wunderschönen Phänomen sehen, des verheirateten Ehepaars, in dem irgendwann so ein bisschen die Luft raus ist aus der Beziehung. Und man hat sich auseinandergelebt, man unternimmt nicht mehr so richtig was miteinander. Und das hat mich doch so ein bisschen angesprochen. Und da habe ich dann diesen wunderschönen Comic von Matthias Lehmann gekauft. Und leider ist es tatsächlich ein bisschen anders gekommen in dem Comic, als ich dachte. Ich dachte, das kommt jetzt zu einer kleinen Therapiestunde oder sowas. Kann man das irgendwie nutzen? Nein. sondern, aber die Dinge, weswegen man sich auseinandergelebt hat in diesen Comics, sind doch ein bisschen, hoffe ich mal, ungewöhnlich für viele Menschen. Und ja, ob dieses Pärchen dann auf Umwegen auch seine Beziehung dann wieder retten kann, das müsste er, wenn ihr den Comic irgendwie bekommen könnt, auch selber rausfinden. Ich muss sagen, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Er ist in so einem kleinformatigen Hardcover gekommen, so im Querformat, kleinformatig. Und jedes, jede Seite ist im Prinzip ein Panel. Alles ist so, ja, viel in Pastellfarben und so gehalten, meistens monochrom mit Farben versehen. Aber trotzdem auch irgendwie richtig, richtig schön wertig. Das hätte nicht, hätte durchaus auch bei Reprodukt oder bei Avant oder so im Regal stehen können. Da hätte ich sowas auch vermutet. Und ja, er hat es selber rausgebracht unter seinem Dot-Spot-Label. Und ja, ich fand es richtig gut. Und gerne mehr von der Art und Weise. Auch gern in dem Format, das mag ich irgendwie hier in dem Fall. Passt hervorragend zu seinen Zeichnungen, die wir schon in anderen Comics gesehen haben. Und ja, ich würde euch das, wenn ihr es irgendwo ergattern könnt, ist jetzt ein besonderes Sammlerobjekt, ans Herz legen. Ja, da möchte ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es was ist, genau wie ähnlich wie dieses Zur Sonne, das wir ja auch schon besprochen haben, das vielleicht nochmal in einer Neuveröffentlichung irgendwo erscheint. Und ich möchte natürlich noch der Vollständigkeit halber den Tipp geben, dass der liebe Andi Preller eben jenen Comic auch schon bei uns besprochen hat. Und zwar im Juno des letzten Jahres. Hört unbedingt mal die Ausgabe 132 rein. Da hat er sich auch noch mit diesem Comic Kennen wir uns beschäftigt. Denn wir sind halt alle so ein bisschen Fan vom Kollegen Lehmann. Und ich finde es cool, dass du da auch jetzt so viel Gutes daran entdeckt hast. Wir waren ja tatsächlich mit Matthias Lehmann, also der Andi Preller und meine Wirklichkeit auch in der Ausstellung über seinen eigenen Comic. Also unter anderem, da waren auch andere Comics, die da ausgelegt waren, also die Originalseiten. Und das war schon ein sehr interessantes Erlebnis irgendwie. Und ich hatte das damals tatsächlich nicht so mitgeschnitten bei der Besprechung. Aber dann so direkt so on the fly bei der Ausstellung, das war schon cool irgendwie. Wo, wie war die? Erlang oder was? Die war sehr um die Ecke von deinem kleinen Atelier. Ah ja. Da ein paar, also an der Hauptstraße, bei deinem Atelier an der Hauptstraße ein paar Häuser weiter und da wurden noch einige ausgestellt und man konnte auch in Comics reinlesen. Das war schon eine coole Sache und nach wie vor immer noch geil, dass die Stadt Erlangen aus der Not eine Tugend macht und aus den leerstehenden Läden, die da leider sind, dann einfach Ausstellungsräume macht und sehr schöne Ausstellungsräume. Mega. Jo, Patrick, dann mach du schon mal weiter mit deinem zweiten Comic. Ja, also wir alle waren öfter mal in Halle D in Erlang und um uns rum ist auch immer wieder Alexander Teugsdorf gewesen. Sympathischer Typ und er hat jetzt einen Comic zusammen mit Martin Trappe rausgebracht. Der heißt Xylaris. und mir ist er ins Auge gestochen, weil ich da so leichte Horrorbilder gesehen habe von Personen, denen Pilze aus den Augen, aus dem Mund und sonst wo sprießen und ich dachte, okay, es ist Science Fiction, es ist Horror. Das könnte für mich interessant sein. Hatte mir schon so leichte The Last of Us Vibes erhofft und ja, irgendwo trifft das auch zu. Es geht hier um so eine Kommunikationsoffizierin, die war jetzt 49 Tage auf diesem Planeten Xylaris und jetzt kommt endlich mal jemand von der Außenstation, guckt mal nach dem Rechten, was passiert etwas, wodurch sie sich jetzt ein bisschen auf den Planeten Xylaris erkunden muss und dann überschlagen sich eben die Ereignisse und es passiert einiges. Ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber es gibt auch so ein bisschen Survival-Horror. Ich fand diesen Comic an sich sympathisch. Es war auch herrlich, dass unsere Kommunikationsoffizierin, die Genier, erst mal eine Flasche Wodka zertritt, dann Glas Wasser trinkt und dann meint, mir schmeckt die Plörre nicht. Also, dass die schon ein bisschen abgeranzt ist, dass die ein bisschen durchlebt ist, fand ich sympathisch und dann gibt es auch immer wieder schöne Situations-Comic und die Comic bindet dir nicht aufs Auge. Das und deswegen sind die jetzt auf den Planeten Xylaris. Man hat das immer wieder so in so netten Details im Hintergrund. Also, du hast jetzt auf einmal so eine Info-Groschüre über Xylaris und dann steht da etwas von Übersiedeln. Also, du musst dir ein bisschen was von der Handlung selber erschließen. Fand ich cool, dass hier nicht der Erklärbär rausgelassen wurde. Dadurch erkundet man mit dieser Protagonisten diesen Planeten, bis es dann irgendwann zum Cliffhanger kommt, wäre für mich so ein Kritikpunkt, da steht Xylaris, wenn es schon auf den Cliffhanger hinarbeitet, dann hätte ich es besser gefunden, hätte man es präsenter gemacht und hätte gesagt, dann Band eins. Wird hier nichts gesagt. Es kommt am Ende ein, Fortsetzung folgt nach dem Cliffhanger. Bei Ansicht fand ich den Comic sympathisch. Was mich immer wieder so ein Immersion herausgerissen hat, war, dass es mir ein bisschen zu clean, zugeordnet aussah. Also, wenn der Protagonistin da 49 Tage abhängt, da sieht mir das Ganze zugeordnet aus. Das Chaos sieht mir ein bisschen zugeordnet aus. Die Faunanflora des Planeten sieht mir auch ein bisschen zu durchstrukturiert aus. Hat mich immer wieder rausgerissen, aber an sich war das Ding schon sehr unterhaltsam. Nur in der Immersion gab es so ein paar kleinere Kritikpunkte, die ich ihm jetzt nicht ankreiden will. Ich meine, wer alle mögen Science Fiction, wenn es auch noch aus Deutschland kommt, sollte man dem Ganzen eine Chance geben. Der Comic ist eh nicht sympathisch wie Alexander Tolksdorf. Und er ist auch gut erzählt. Nur hätte es für mich ein bisschen dreckiger und wilder, ein bisschen horrorlastiger sein können, weil diese Horrorelemente, die sind vorhanden. Aber die hätten für mich ähnlich wie das raue Dreckige ein bisschen mehr herausgearbeitet werden können. Vielleicht kommt das ja dann in Band zwei. Also ich werde dranbleiben. Vielleicht wäre dann der zweite Band was für die Authority. Aber an sich war das wirklich sympathisch. Also ein schöner Science Fiction Comic. So vom Artwork her würdest du es als komplex bezeichnen, als zielführend, als schön. Wie hat dir das gefallen? Zielführend? Was war es mit zielführend? Naja, halt einfach eins, das funktioniert und das geeignet ist, die Geschichte zu erzählen, ohne große Schnörkel in irgendwelchen Details zu haben, zum Beispiel. Ja, aber vielleicht ist es an der Optik so, dass man dieses Dreckige nicht ganz so herausarbeiten kann, weil es sieht ein bisschen cartoonig aus und wenn du da jetzt noch was Rohes einbringen wirst, vielleicht fühlt sich das deswegen da nicht ganz so organisch an. Aber an sich fand ich es, mich hat es an alte RG-Comics so ein bisschen erinnert. Mhm. Da würde es ja auch ein bisschen fremdkörpermäßig wirken, würde man da jetzt auf einmal Horror-Elemente einbauen. Vielleicht ist es wirklich das, wie ich sage, da fremdlich so ein bisschen. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe immer Bock auf Science-Fiction. Das ist ja auch ein bisschen dieser Pilz-Look. Also Pilze scheinen ja im Design da eine wesentliche Rolle zu spielen. Hat es eigentlich auch so Horror-Aspekte? Ja, es hat Horror-Aspekte und ich habe auch das Gefühl, dass der Comic so ein bisschen während oder nach der Pandemie entstanden ist, weil wir haben hier verdammt viele Atemschutzmasken. Vielleicht ist es auch deswegen so steril gehalten, weil bei der Pandemie hast du dich entweder gehen lassen oder bist komplett zu einem Putzteufel mutiert. Dadurch, dass ich viel unter Menschen war, war es bei mir eher, ich habe mich ein bisschen gehen lassen, auch wenn ich ständig unter Menschen war. Sehr gut. Aber wie gesagt, der Horror-Aspekte hätte ein bisschen herausgearbeitet werden können. Das Blut, das da teilweise vorherrscht, das sieht man auch auf dem Cover, wirkt manchmal ein bisschen wie so Farbkleckse. Also gerade auf dem Cover, wenn du das dir anguckst, wie wirken da auf dich diese Bluttropfen, die aus diesem Shuttle da kommen? Ähm, ja, es ist nicht gruselig, dafür ist es alles zu hell. Ja. Ja, okay. Aber es ist trotzdem eine Empfehlung, auch wenn ich jetzt kleine Kritikpunkte hatte. Ich sag, ich sag nur jetzt bei der Nostromo, bei der Nostromo hattest du bei Aliens Beispielen mehr das Gefühl, dass da Leute auch länger gelebt haben. Und 49 Tage, da sieht sowas dann auch ein bisschen benutzt aus, wenn du da alleine lebst, wenn du da weißt, da achtet keine Sau drauf. Ja, ich wiederhole mich grad nur. Vielen Dank fürs Vorstellen von eben jenem Comic. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es einen zweiten geben würde. Der war ja auch, wie gesagt, beim Comicsalon in Gönheim. Und der Typ macht einfach mega sympathischen Eindruck. Ich glaube, ist auch einer von uns, sag ich mal. Da möchte ich natürlich immer viel Erfolg. Und er hatte ja da wirklich so ein paar interessante Mobiles zu diesem Comic dastehen, dass das Ganze auch nochmal schön gezeigt hat. Und eben das Bild mit dem Pilz nie aus Augen und Mund wuchern, wo ich dachte, okay, das könnte mir wirklich gefallen. Ein Pilz wuchert da wirklich aus dem Schritt. Da dachte ich, okay, ich verstehe es. Ich mochte auch den Humor, der der war. Also es war auch schon teilweise eher lustig. Der lustige Aspekt hat mich in den Comics mehr gecatcht als der Horror- oder der Science-Fiction-Aspekt. Aber das ist ja auch nichts Negatives. Was mich bei Comics immer sehr catcht, und das ist tatsächlich das Negative und weniger der Science-Fiction-Aspekt, ist ja düsterer Scheiß. Ich mag ja Comics gegen die gute Laune. Ich find's ja toll, wenn ich da Dinge lesen kann, die mich so richtig in den Abgrund hinunterziehen und eine düste Atmosphäre in den Dreck werfen und mich dort mit meiner Liebe zu den Comics allein lassen. Und deswegen hab ich total Bock gehabt, mir auch die Straße anzugucken, nach eben besagtem Roman von Conrad McCarthy. Ich weiß nicht genau wo und wie, aber den hab ich irgendwo aufgeschnappt. Der erscheint jetzt ganz aktuell diesen Monate bei Reprodukt. Und ich kannte natürlich auch den Film. Also ich kenne genau genommen auch nur den Film und nicht die Romanvorlage. Das ist ja, wer heißt der Schauspieler? Vigo Mortensen. Mortensen, Dankeschön. Mit einem Jungschauspieler eben als Kind dazu. Also Vater und, naja, zumindest im Comic-Vater und Sohn im Film ist das, glaube ich, ganz anders. Nee, die Mutter, die existiert, aber... Ja, ja, die Mutter ist ja genau, aber im Film ist es da nicht eine Tochter. Und ist das nicht genau das Problem, dass er letztlich immer verheimlichen will, dass es eine Tochter ist? Ich glaub, die Mutter war eine sehr abgemagerte Charlize Theron. Ja, genau, aber es gibt ja, die Mutter ist ja nur am Anfang des Films kurz relevant und dann ist sie ja weg und dann begibt sich der Vater mit seinem Kind auf die Reise. Und ich glaube, das Kind ist im Film ein Mädchen gewesen und das ist insofern ein Problem, weil halt sie damit quasi potenziell, keine Ahnung, vergewaltigt wird oder so. Oder war das auch ein Junge? Das war auch ein Junge. Das Problem war einfach, dass es Kannibalen gab, die auf das Fleisch ausbehalten. Und die Charaktere heißen ja auch schon im Film Boy, Man, Woman. Okay, verstehe, alles klar, dann ist es deutlich. Dann hab ich da was nebeneinander gemacht. Ich verwechsel das, glaub ich, mit Child of Man. Da ist das ja das Kernthema, in dem, dass da quasi keine Frauen mehr gibt. Kurzum, ich wollte die Straße lesen, weil ich nämlich wusste, dass der Film damals schon nix gewesen ist, wo ich richtig gute Laune hatte. Und ich hatte Lust auf einen Comic, der sich einreiht, in eben auch so Dinge wie Die Welt der Söhne von Jippi erschienen beim Avant Verlag. Oder eben meine Dinge auch Snowpiercer oder so, die ja wirklich absolute Endzeit-Dystopie sind, wo es halt wirklich nichts mehr gibt, außer dem kalten Überleben und dem Tod nach dem Tod. Also schon quasi Post-Endzeit, nenn ich sowas ja immer. Und da hatte ich Bock und hab deswegen angefragt, hier, lieber Philipp Kolek, schick mir das mal. Und der hat gemeint, hier, kein Ding kannst du haben, aber lies vielleicht trotzdem auch noch den verkehrten Himmel von Michael Ross, der auch beim Avant Verlag erscheint. Und das hatte ich ja eben schon kurz gemeint. Das ist mindestens mal für den Philipp und auch laut Website vom Avant Verlag von einem, von einem Andrea Heinze, Radio 3, keine Ahnung, sind das zum jetzigen Zeitpunkt ist der verkehrte Himmel der beste Comic des Jahres. Also wenn das nix bedeutet, ich fand den auch herausragend gut, lest lieber, lest den auch auf jeden Fall zusätzlich. Jetzt möchte ich aber über die Straße sprechen und der ist halt wirklich einfach fucking düsterer Shit. Das Ding spielt auf einer Welt, die tot ist. Und sie ist dermaßen tot, dass es eigentlich nichts mehr gibt, außer Menschen, die da, es sind wenige Menschen, müsst du meine Schätzung abgeben, es sind halt wenige Tausend auf der ganzen Welt, die da so vor sich hin vegetieren. Ich hab zuletzt bei Furiosa, diesem Film, tolle Bezeichnung gefunden. Sie waren, glaube ich, Halbleben war das deutsche Wort. Also ein vollständiges Leben ist aufgrund der Verschmutzung der Welt und der fehlenden Proteine, der fehlenden Sonne beziehungsweise anderen Dingen gar nicht mehr möglich. Und so ein bisschen ist Halbleben hier ein Begriff, den ich bei die Straße auch benutzen möchte. Was ist da eigentlich passiert? Was für eine Art von Apokalypse haben wir da? So richtig offiziell wird das hier in diesem Comic nicht erklärt. Also das machen wir uns nix vor. Das ganze Ding muss man so ein bisschen interpretieren. Würde ich interpretieren müssen, würde ich sagen, dass es vermutlich irgendeine Form von Chemikalie gab, die Sauerstoff brennen lassen kann. Was zur Folge gehabt haben muss, dass der Sauerstoff weltweit gebrannt hat und damit flächendeckend einmal alles verbrannt ist. Natürlich nicht alles, alles, aber sowas wie 95 Prozent von allem hat einmal längere Zeit gebrannt, bis der Sauerstoff weg war. Aus genau dem Grund sind alle Bäume tot, alle Pflanzen, alle Tiere, fast alles an Menschen ist quasi tot. Was nicht unter Tage war, ist einfach mal kurz weggebrutzelt. Und deswegen ist einfach alles ein großer Aschehaufen. Das heißt, unsere beiden Protagonisten, also Vater und Sohn, haben ja auch ein Problem. Wenn es nämlich plötzlich windig wird, wird die Asche aufgewirbelt und die können nicht mehr so gut atmen. Was bedeutet das, wenn unfassbar viel Asche in der Luft und in der Atmosphäre ist? Ganz klar, es kommt nicht mehr so viel Sonne durch, weshalb auch alles extrem kalt ist. Die frieren quasi den kompletten Comic über. Und das ist eine Aneinanderreihung von Scheißigkeiten, die das Leben quasi unmöglich machen. Auf circa 160 Seiten, genau, erleben wir dann, wie die beiden Jungs über die Welt ziehen. Sie ziehen mal mehr gen Süden, das spült wahrscheinlich alles irgendwie eher in den Staaten, also eher gen Süden und der Hoffnung, dass da etwas wärmer ist. Dann sind sie irgendwann am Meer, so viel sei schon mal verraten. Dann ist die Frage, wie es weitergeht, ja auch noch zu klären. Generell so ein bisschen die Frage, was für ein Ziel im Leben verfolgst du eigentlich noch, wenn alles sinnlos geworden ist und auch wenn es eigentlich keine großartigen Möglichkeiten gibt, mehr weiterzuleben, denn, naja wie gesagt, es ist alles tot. Was für eine Perspektive hast du? Warum solltest du Nachwuchs kriegen, den du nicht ernähren kannst? Ja, vielleicht aus einem einzigen Grund und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt, den der Patrick auch schon angeschrieben hat, damit der eigenen Nachwuchs als Nahrungsquelle dienen kann. Generell ist Kannibalismus hier ein sehr wichtiges Thema. Man will nicht in dieser Welt leben, man will in dieser Welt sterben und wie es dann zwei Personen schaffen, die sich selbst als die Guten betrachten, die also immer eher versuchen in dieser ultra Endzeit pessimistischen Welt irgendeine Form von Hoffnung zu finden, wie die sich halt so durchschlagen, ob das gelingt, ob das nicht gelingt und auch was für Figuren sie treffen, darum geht es inhaltlich hier in diesem Comic, der wirklich schön ist. Ich mag das ja, wenn Dinge sich ein bisschen im Detail verlieren und das ist der Fall. Wir haben relativ oft so Situationen, dass wir einfach mal nur so Szenen auf uns wirken lassen. Wenn wir beispielsweise eine Höhle finden, irgendeinen Keller oder ein LKW, der aufgebrochen wird und dort sind halt Leichen drin. Die sind teilweise noch nicht so ewig tot, man kann sie teilweise noch als Menschen erkennen und dann sehr ins Detail gegangen wird, okay, was verwächst hier eigentlich gerade wie? Oder wir sehen halt einfach mal so szenisch ein bisschen wie so Momentaufnahmen, wie wir das auch in dem Film kennen, von eben dieser kaputten Welt. Manchmal ist nur angedeutet, was wir sehen, manchmal nicht. Wir sehen oft kaputte Infrastruktur, kaputte Häuser, verbrannte, verwägte, tote Bäume. Was wir nicht sehen, ist irgendeine Form von Tieren. Das ist eher, glaube ich, hier nicht der Fall. Wir spüren viel eher, dass wir hier lieber, glaube ich, nicht auf dieser Welt existieren wollen. Wir spüren aber auch, dass Vater und Sohn eine gewisse Verbindung haben, dass sie sich ständig an der rauen Realität stellen müssen und wie gesagt, hier ständig kämpfen. Das ist eine uneingeschränkte Empfehlung, ein Comic gegen die gute Laune, der wunderschön aussieht, sehr wenige bis gar keine Farben mitbringt. Das ist klar, hin und wieder ist mal, wenn wir beispielsweise eine Cola-Dose finden, dann kriegt diese Cola-Dose diese doch grauen, aschegeprägten Welt, daher auch die Farbwahl, alles schwarz-weiß-grau und vielleicht noch so beige und braun Töne. Es ist alles eher so dunkel und wenig Farbe, ist ja auch wenig Licht einfach, das durch die Atmosphäre dringt, hat diese Cola-Dose jetzt schon auch mal blau und rot und so, weil es halt mal diese eine Abwechslung darstellt. Ja, und ich habe jetzt schon viel erzählt, ich habe viel auch versucht, drum rum zu reden, aber ich denke, ich habe klar gemacht, was diesen Comic auszeichnet und wer da so ein bisschen was abgewinnen kann, wer auch mal Lust hat, was zu lesen, was eben, nun ja, nicht klassischen Erzählstrukturen, klassischen Erzählstrukturen hinhergeht und wer vielleicht auch versuchen will, in einer aktuell schweren Phase hin und wieder mal Lichtblicke zu finden und dafür auch noch eine Inspiration gebrauchen könnte, der könnte hier bei diesem Film, bei diesem Film, ja, bei diesem Comic da auch fündig werden. Von mir eine ganz große Empfehlung von Die Straße erscheint aktuell bei Reprodukt. Beide Daumen nach oben. Comics gegen die gute Laune, lieber Patrick, da weiß ich nicht so genau, es ist ja jetzt gerade Sommer, da scheint ja viel Sonne, würdest du dich dann daran trauen? Natürlich würde ich mich daran trauen, ich sage nur, du hast fast schon ziemlich gut getroffen, der Film ist so einer der besten anti-gute-Laune-Filme, ich habe mich da bisher auch nur einmal herangetraut, normalerweise baut sich bei mir direkt so eine Abwehrhaltung ein, wenn ich sowas sehe, das dich emotional triggern wird, aber dieser Film hat mit mir emotional irgendwie den Arsch abgewischt, weil er sowas verrohtes hatte, also ich habe den bisher nur einmal gesehen und dachte, ja reicht's, der hat sich schon irgendwie ins Gedächtnis eingebrannt, er ist verroht, die Sprache ist auch ein bisschen verroht, also man hat das auch aufs Minimalste reduziert, also passend zur Verrohung in der Menschheit ist auch die Sprache ein bisschen zurückgefahren, ein bisschen verroht und ich habe auch das Buch gelesen, aber irgendwie war da immer so ein Fünf-Jahres-Abstand, also mittlerweile ist genug Abstand da, dass ich sage, ja geil, ich habe mal wieder Bock auf eine Depression, ich würde mir den Comic natürlich auch mal zu Gemüte führen, dann habe ich alle drei Adaptionen davon, beziehungsweise alle drei Versionen davon mal konsumiert und inhaliert, es ist wirklich eine emotionale Tortur, das zu lesen, es ist ähnlich wie bei den letzten Glühwürmchen, wo du dann am Schluss wirklich emotional am Arsch bist, aber da muss eben eine richtige Stimmung sein, um den zu lesen, bin ich aktuell, weil ich eh viel arbeite, von daher, ich bin eh schon in der Stimmung, passt. Breedstorm, ich weiß, dass du sowieso viel zu viel gute Laune hast, das ist ja mal so extrem ansteckend, wenn man mit dir unterwegs ist und es tut auch ein bisschen weh, würdest du trotzdem die Straße lesen wollen? Ja, du weißt ja, dass mich sonst die Leute immer mit dem Sohn von Rex Gildo verwechseln, weil ich immer so ein Hossa auf dem Lippen habe, und deswegen brauche ich ab und zu mal, was mich so runterbringt und tatsächlich habe ich den Roman hier im Regal hinter mir stehen. Den habe ich natürlich schon gelesen, weil ich diesen, diese dystopischen Sachen sehr gerne mag und das ist ja einer der großen dystopischen Romane, so. Und den Film habe ich auch mal gesehen, der ist schon, ja, also so schwarz war in meiner Fantasie jetzt gar nicht, wie dieser Film dann gewesen ist, aber mit dem Comic hast du mich, also den nehme ich natürlich und ich nehme auch deinen Tipp auf, wenn es einem viel zu gut geht, einfach mal mit ein bisschen inzestiösen Kannibalismus probieren, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt man wieder runter, richtig? Absolut, man ist auch viel schneller ohne Arme. Ich würde sogar sagen, das ist die logische Fortführung von Mad Max, wenn Mad Max zu fröhlich ist, der geht direkt an The Road, da ist es aufs Letzte bisschen runtergebrochen. Das stimmt eigentlich, wenn die da irgendeine Chance finden würden, noch mehr zu verbrennen, wobei bei Mad Max, das spielt ja jetzt in der Zeit, zumindest in den aktuelleren Interpretationen Mad Max, wo es schon auch nicht mehr großartige Gebäude oder so gibt, das ist ja auch schon alles weg. Ja. Die Parallelen sind vorhanden, nur dass es weniger nach Metal aussieht. Dann ist er gekommen, der Moment, wo wir uns auch wieder über Endzeit unterhalten wollen. Herzlich willkommen zu Wir sind angekommen bei Terror 3000 von Bela Sobotke erschienen bei Gringo Comics und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es schon jetzt einer der erfolgreichsten Comics, die Gringo Comics sie hatte. Da will ich jetzt aber nicht zu viele Fake News streuen, berechtigt mich gern. Das ist ein Comic, ein Episoden-Comic, mal wieder ein Episoden-Comic, davon hatten wir hier in dieser Ausgabe mal schon mindestens zwei, glaube ich. Und das Ganze ist auch in Teilen schon mal erschienen. Den lieben Bela, den habe ich nämlich auch natürlich wie viele weitere in Erlang interviewen können und die ersten beiden Episoden dieses Comics sind erschienen bei Cosmic. Cosmic haben wir auch schon lang und ausgiebig besprochen beim Atlantis Verlag, eine Comic-Anthologie, Genre, Science-Fiction, mega geil, müsst ihr gelesen haben. Da kann man viele tolle Sachen lesen, unter anderem auch die ersten beiden Episoden hier in diesem Comic. Und naja, Bela haut halt gern auf die Kacke. Lieber Blitstorm, wie macht er das eigentlich bei Terror 3000? Bei Terror 3000 hat er uns natürlich in das Jahr 3000 gebeamt und interessanterweise, was mich ein bisschen irritiert hat, Berlin ist noch so ein Ding im Jahr 3000. Also ich dachte, das hört irgendwann auf, aber naja. Da steht, Berlin ist einer der wenigen lebenswerten Orte. Auch das hat sich offensichtlich geändert in der Zwischenzeit. Und wir haben schon noch ein sehr existentes Stadtzentrum, aber das geht schon rundherum gut zur Sache. Und Raumfahrt ist natürlich auch so ein Ding in Berlin des Jahres 3000. Es gibt ein Logistikunternehmen geführt von, ich glaube, ich sehe es Jun und dann sind noch Sam und Finn dabei als drei Protagonisten, die die Aufgabe haben, Pakete zuzustellen. Doch leider ist dieses mit diesen Space Parsell, wie sich das Ganze nennt, nicht so ganz immer möglich, weil es kann immer passieren, dass beim Ausliefern von Paketen Dinge passieren und dann kann man es doch nicht mehr ausliefern, denn es kann zum Beispiel sein, dass man auf sehr, sehr böse Lebewesen trifft in so einem Zusammenhang und da kann man schon mal vergessen, dass man ein Paket ausliefern soll und muss die dann einfach alle abmetzeln. Und das ist es, was Bela hier wirklich zelebriert in Terror 3000, das Abmetzeln von sehr bösen Menschen und das hat er hier wirklich in mehreren Episoden gezeigt. Aber lieber Breedstone, du hast gerade gesagt, dass es hier um das Zustellen von Dingen geht und dann wird gemetzelt, aber das sind doch drei Episoden. Willst du mir sagen, dass in allen drei Episoden quasi das gleiche passiert? Ja, also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob das irgendwelche Space-Nazis sind, ob das so Verschwörungs- QN-Menschen sind oder ob das irgendwelche Unterwasser-Nazis sind, das ist schon mal sehr unterschiedlich, aber es ist natürlich so ein bisschen wie bei Rocko, es kommt ja nicht drauf an, dass das jetzt handlungsmäßig ein durchgefeilter Krimi-Plot ist oder sonst irgendwas, sondern Bela hat da einfach sehr viel Spaß am Metzeln einfach auch und hier trifft es Menschen, die Bela tatsächlich oder auch Wesen, die Bela tatsächlich offensichtlich alle nicht so ganz mag, also das ist schon eine sehr deutliche Botschaft drin in diesem Comic, das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen und ja, er hat einfach Spaß das zu zelebrieren und wir haben natürlich Spaß das zu lesen, speziell wenn es so schön aufgemacht ist, weil das ist ja als großformatiger Hardcover-Album ist das Ganze. Ich glaube ihm geht es halt einfach darum, das ist natürlich auch ein politisches Statement, hier wird ein bisschen Anti-Trump, natürlich Vollescore gegen die Nazis immer doof und das Ganze gepaart mit viel Action und Splatter und Alien-Kram und so in einer wieder mal sehr reduzierten aber doch irgendwie wie heißt das Pop-Art glaube ich also bunten Farbpalette letztlich das ist schon saucool das macht mega Spaß und ist extrem kurzweilig ich frage mich wann diese komischen kleinen Plüschtier Mini-Enten die vor allem mir jetzt in Kapitel 3 aufgefallen sind die ständig so als Filler irgendwie in die Seiten eingebaut werden wenn es die mal als Plüschtier zu kaufen gibt als Merch aber das ist schon mega also es ist halt mega kurzweilig und es gibt am Ende so eine Teaser oder so eine Idee wie es weitergehen kann und welchen letztlich neuen Aspekt der Beda sich vitamin kann also Rollsbar Dracula das ist einfach alles total toll aber das ist nur ein Teilaspekt von dem was ich sagen will ich frage erstmal den Patrick wie waren deine Eindrücke mir hat es auch sehr sehr Spaß gemacht im Prinzip ist es wie so eine Grindhouse riesige Weiterentwicklung von Hellboy Hellboy hat ja auch überwiegend Nazis und Unsympathen abgemeuchelt aber da hast das wirklich noch mit diesen Explotation Kino also mit diesem Grindhousing mir hat das Gemetzel auch Spaß gemacht ihr alle wisst ich mag Gemetzel wirklich sehr sehr gern er macht da auch keine Hehl gegen wen er da schießt er nennt das sogar sehr sehr explizit und es sind auch Freaks die böse abmetzeln aber gerade deswegen macht es eben Spaß dass die dann immer zufällig am Ende der Episode ihren Auftraggeber abgemetzelt haben also irgendwie ist es genau das was wir in der Zeit brauchen dass sich da auch mal das Gute durchsetzt also wirklich so ein Comic nach all diesen ganzen Depri-Comics ist das Gesplatter irgendwie richtig schöne gute Laune ja das stimmt ich glaube tatsächlich dass es Bela letztlich um zwei Dinge geht zum einen darum unterhaltsam humorvoll gut zu ja eben unterhalten was mir durch die Bank weg gelingt das ist extrem kurzweilig war glaube ich deine Wortwahl das ist etwas das ich so völlig unterschreiben kann natürlich kommt es mit den üblichen Splatter-Sachen daher und ist damit natürlich auch vielleicht alles nicht so ernst zu nehmen aber zum einen eben jener Aspekt das kann man schon mal unterstützen und auf der anderen Seite natürlich auch das klare politische Statement das Bela hier auf jeden Fall bezieht ja also man kann schon sagen Bela ist auf derselben Seite der Macht wie wir welche Seite auch immer das sein mag und der ist halt einfach der ist echt in Ordnung und ich glaube auch wenn wir uns allein schon die allererste Seite angucken wo halt nochmal beschrieben wird wie die Situation ist dass die Menschen sich eben zurückziehen mussten dass hier das Klima und der Umgang mit der Welt letztlich für eine Situation gesorgt haben die die Welt weitestgehend unbewohnbar macht dann ist hier schon in einem gewissen Rahmen natürlich auch eine Sozialkritik drin ich denke der Bela der meint das nur gut mit uns und mit der Menschheit und das kann er zuletzt auch in Interviews die irgendwie jetzt aufgezeichnet wurden auch regelmäßig formulieren ich möchte euch unbedingt empfehlen dem Bela Sobotka auf Blue Sky zu folgen das ist quasi das bessere Twitter aka X und dort postet er viele tolle aktuelle Dinge eben Dinge auch zu seinem Comic er war ja auch bei diesem einen größeren Panel beim Comicsalon mit auf der Bühne wo es um Comicförderung ging und ich denke noch bei einem zweiten das müsste ich jetzt aber nochmal recherchieren kurzum von mir eine Empfehlung für den doch sehr kurzweiligen Terror 3000 erschienen bei Gringo Comics lieber Breedstorm wie ist dein Fazit zum Comic Ja ich fühle mich auch sehr gut unterhalten man merkt halt auch dass Bela halt auch so ein absoluter Nerd ist was zum Beispiel auch Filme betrifft man sieht ja eine Hauptfigur ja das ist schon so ein bisschen wie ein Blacksploitation Film wie die eingeführt wird und auch ja verschiedene andere Anspielungen die also die Entchen konnte ich jetzt nicht zuordnen aber das Raumschiff das ist schon sehr deutlich in Richtung Futurama wie das ganze Setting natürlich auch ein bisschen in Futurama ist also wir stellen uns den Chef einfach mal ein bisschen als dieses dieses Fischwesen aus Futurama vor Dr. Seidberg oder meinst du Farnsworth den alten Mann wen meinst du ja so eine Mischung aus beiden hätte ich jetzt fast gesagt das Raumschiff ist schon sehr klar davon inspiriert und den Tisch habt ihr ja wahrscheinlich auch gesehen das ist eins zu eins der Tisch aus Alien 1 aus der Nostromo halt rausgenommen und er recycelt das ja auch extrem gerne die diese Einstellung mit dem Tisch das das mochte offene ich sich sehr gerne aber da musste ich sofort an Alien 1 denken und er hat da so verschiedene Dinge also wahrscheinlich auch vieles was ich jetzt nicht so direkt begriffen habe also auch ein sehr großes ein großes Meerestier ist da drin wo ich mir vorstellen könnte dass das aus einem der unzähligen Filme mit mit Heilbezug ist er hat hinten drauf sehr groß die Black Panther Faust äh stimmt gezeigt ja also jetzt nicht von dem Superhelden sondern von der politischen Bewegung aus den USA und also das ganze Ding ist komplett zugemacht mit diversen Anspielungen und es ist immer wieder schöner was zu entdecken und zu sagen ja ja man ich weiß was du meinst oder du hast oder du hast da auch ein Plakat mit Trump wo Amerika mit 3K steht also natürlich deine Anspielung auf den Kukulux Clan du hast hier wirklich extrem viele explodierende Köpfe also ich habe jetzt fast schon den passenderen Vergleich gefunden irgendwo ist es so eine Mischung aus Inglourious Bastards gepaart mit Futurama gepaart mit Black Plotation Kino und Bela so Burkes Farbpalette die macht eben auch Spaß wir sind da alle nicht unvoreingenommen wir alle kennen Bela wir alle haben mit dem schon mindestens einmal bei Filme rumgenerdet aber es ist dann schön wenn jemand dann auch noch so spaßige Comics macht und wir alle haben das wahrscheinlich auch in Cosmic schon mal gelesen mich hat es dann trotzdem nicht gestört dass ich dann nochmal viel Geld ausgegeben habe ja im Gegenteil wir haben jetzt einen guten Künstler nochmal unterstützt der hat mir auch was reingezeichnet ich habe mir dann nachhinein bestellt als klar wurde das ist Teil für die Authority mega gut auch da würde uns wie immer und das betrifft letztlich alle Comics die wir vorgestellt haben liebe hörende ich rede genau mit dir liebe zuhörende person hörer oder hörerin genau mit dir rede ich jetzt wenn du uns Feedback hinterlassen würdest zu den Comics zu unseren Besprechungen natürlich möchte ich dir die Frage stellen ob du diese Comics die wir heute besprochen haben auch schon gelesen hast und wie deine Erfahrungen damit gewesen sind komm gern vorbei in unseren Chatgruppen auf entweder Telegram oder Signal wie du den Zugang dazu findest das verrate ich dir guck mal in die Shownotes da gibt es Links kannst draufklicken bist du drin und da kommst du bitte vorbei und erzählst uns wie es dir gefallen hat wir sind außerdem noch auf den sozialen Plattformen deines Vertrauens sag ich gern aber ob soziale Plattformen also Social Media und Vertrauen noch in einem Satz genannt werden kann weiß ich nicht effektiv ist es trotzdem Facebook Twitter AKX und Instagram wo ihr die Comic Cookies finden könnt und wir haben auch noch eine E-Mail Adresse die ich nicht genau im Kopf habe aber auch diese findet ihr Empfehlung gewesen zu sein oder Jungs auch wenn wir eine sehr düstere Grundstimmung hatten das hatten wir zuletzt in der Weihnacht Episode vor zwei Jahren wo wir auch fast nur düsteres Zeug empfohlen hatten ja aber muss auch mal sein wenn auch ihr den Twitter Account von Patrick folgen wollt schreibt uns an info at tele stammtisch ach du Junge ist gute Idee machen wir auf jeden Fall und wer mich die frag dem verrate ich deine Privatadresse Tschüss Breastorm Tschüss Patrick Tschau Tschüss